Kocht jetzt selber ein Familienmenü für Mama und Papa. Zuerst das Hähnchen in den Ofen, dann den Spieß mit Gemüse und Fleisch bestücken und mit den Bürstchen herzhaft grillen. Nun die Beilagen, die Pommes frisch frittieren, den Herd anschalten und das Spiegelei gold-gelb braten. Dann alles appetitlich anrichten und genau wie Mama liebevoll abschmecken. Zum Schluss ein Tässchen Kaffee, aber erst wenn die Maschine fleißig spürt. Belingt garantiert mit der Miele Kitchen Number One von Klein.